Wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat seit dem Zweiten Weltkrieg? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer. Ja, der war das. Herr Kollege, das geht so nicht. Und damals, das war ein Zitat von der Stadt Fischer, das sind Sie ja selbst.